Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich Ein Chamäleon Meine größte Stärke ist Selbstvertrauen Ich habe am meisten Angst vor Wasser Wäre ich Rapper, würde mein Künstlername lauten OG In 10 Jahren bin ich Ingenieur In der Sauna möchte ich nicht begegnen Samuel Graudens Wenn ich ein Tor schieße, dann Lauf ich zur Eckfahne Meine größte Leidenschaft ist Fußball Wenn ich eine Frau im Club anmache, sage ich Hey Süße Wenn der erste Kuss mit einer Frau schlecht ist, sage ich Weg mit dir A Bis zum nächsten Mal.